Ich bin für 10 Jahre Buddy. Ich bin der Cem Aliildes aus Oberhausen von der Gesamtschule Osterfeld. Mein großer Wunsch wäre, dass Buddy ein bisschen den bedürftigen Kindern helfen könnte, indem die eine Unterkunft bekommen können oder irgendwas anderes, wie zum Beispiel in der Schule mehr Hilfe und eine Unterkunft.